Die Annerberger Käth ist das größte jährliche Volksfest im Erzgebirge. In der vergangenen Woche trafen nach und nach zahlreiche Schaustellerbetriebe in der erzgebirgischen Kreisstadt ein. Das Riesenrad war sechs Tage vor Eröffnung des Volksfestes bereits fertig aufgebaut. Am Sonnabend nutzten Schaustellerbetriebe das ideale Sommerwetter aus, um den Aufbau fortzuführen. Auch in diesem Jahr will die Annerberger Käth nicht kleckern und einen bunten Mix bieten. Zahlreiche Attraktionen und Neuheiten in über 100 Geschäften warten ab Freitag auf die Besucher aus nah und fern. Neben den beliebten alten Hasen der Traditionsfahrgeschäfte wird es einige Neuheiten geben. Erstmals dürfen sich die Besucher unter anderem auf den 65 Meter hohen und somit höchsten transportablen Propeller der Welt namens Airborne freuen. Hier wird man mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 kmh und Beschleunigungen von bis zu 5 g durch die Luft gewirbelt. 503 Jahre Käth laden vom 9. bis 18. Juni zu den Volksfesterlebnistagen nach Annerberg-Buchholz ein.